Fremdlich unglaublich, dass wir so ein riesen tolles Feedback bekommen haben zu unserem IQ Immunpower. Ein paar von diesen Aussagen, die kann ich Ihnen vorlesen, die kann ich Ihnen alle vorlesen, da sind wir noch in 5 Stunden dran, aber ein paar davon. Cornelia sagt zum Beispiel, ein tolles Produkt, kann ich nur weiterempfehlen, sollte jeder nehmen. Was soll ich umsonst? Also auch die Kombination finde ich Klasse 3 in 1, super weiter so für die Abwehrkräfte, genau das Richtige. Andrea sagt, das IQ Immunpower stärkt mein Immunsystem, ich merke das deutlich, weil ich sonst viel anfälliger für Erkältungen bin. Ein Mann, Kurt, ich bin 72 Jahre und nehme die Kapseln seit ein paar Wochen. Ich merke, dass ich dadurch mehr Energie habe, das ist total klar, weil das Immunsystem natürlich die Unterstützung kriegt und nicht mehr so viel arbeiten muss. Frau Tischer sagt, ich fühle mich fit und gesund, mein Immunsystem ist gestärkt und ich habe weniger Ermüdungserscheinungen. Vielen Dank dafür. Brigitte, in der Corona-Zeit ist es unentbehrlich. Man könnte auch sagen, in der Virenzeit, weil Corona ist ja hoffentlich mal vorbei. Meine Werte sind top, auf alles, was von Herrn Dr. Hartig kommt, kann man nicht verzichten. Seitdem ich das IQ Immunnehme, habe ich mehr Power im Alltag, besonders in diesen Zeiten gilt mir das enorm, sagt Jens. Und Melanie sagt, nehme ich jetzt seit einem Jahr und bin immer noch begeistert. Das heißt was, fühle mich fit und weniger anfällig. Und zum guten Schluss, Frau Schönefuß, ich nehme dieses Produkt seit einigen Tagen und merke, dass meine Erkältung dadurch zurückgegangen ist. Ich hatte ständig Nasen-Nebenhöhlen-Beschwerden, Immunpower hilft dem Immunsystem sehr, schon nach kurzer Zeit. Gefällt mir sehr, vielen Dank und herzliche Grüße an Dr. Peter Hartig und Team. Also vielen Dank, Frau Schönefuß. Ich freue mich, ich wünsche allen Kundinnen und Kunden, dass sie auch alle ein gutes Immunsystem haben, dass sie gut durch diese Virenzeit kommen. Egal, was da draußen los ist, wir brauchen immer ein gutes Immunsystem und da hilft IQ Immunpower im höchsten Massen.